Das ging aber heute Mittag gründlich in die Hose. Der Fahrer, das 40 Tonnen LKW der Firma M&S transporte, wollte 40 Tonnen Sand auf ein Spülfeld in Hamburg-Moorburg bringen. In einer Kurve gerät das schwere Gefährt ins weiche Grün und kippt einfach so um. Der Fahrer erlitt einen Schock, musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr schickte ein großes Aufgebot an Kräften zur Einsatzstelle. Der Einsatzleiter Jan Peters. Auf dem Moorbeuger Elbdeich ist hier ein 40 Tonnen Sattelzug in einer Kurve umgekippt. Aus bisher noch unbekannten Ursachen. Der Fahrer ist leicht verletzt, ist jetzt ins Krankenhaus gekommen. Die Feuerwehr ist jetzt damit beschäftigt, die 300 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank auszupumpen. Dann wird das hier nicht in die Natur gedenkt. Und anschließend werden wir dann zusammen mit einer Privatfirma diesen Sattelzug aufrichten, weil wir im Moment das Problem haben, dass er sich rechts in die Bankkette immer weiter hineindrückt. Und wir haben nachher Angst, dass es nur unter großen Schwierigkeiten möglich sein wird, ihn dann dementsprechend zu bergen. Mit einem Bagger wurden dann große Teile der Sandladung aus dem zerstörten Laderaum geholt. Ein Bergungskran der Feuerwehr angefordert, 350 Liter Diesel umgepumpt. Wir werden noch einige wenige Schaukeln einsetzen, aber das wird hauptsächlich bei einem Bagger bleiben. Wird aber jetzt noch ein paar Stunden dauern? Ja, wir rechnen hier mit ca. drei Stunden. Insgesamt dauerten die Bergungsarbeiten mehr als drei Stunden. Wie hoch der Sachschaden ist, konnte noch nicht gesagt werden. Wie hoch der Sachschaden ist, konnte noch nicht sagen werden. Wie hoch der Sachschaden ist, sollst decper Dünner sein. Wie hoch der Sachschaden ist, sollte noch nicht sagen werden. Wie hoch der Sachschaden ist.